. Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass die schöne Vorweihnachtszeit recht hektisch sein kann, ist ja kein Geheimnis. Aber bis alle Wünsche erfüllt und alle Geschenke besorgt sind, bringt es einem ganz schön auf die Rabe. Darum ein Tipp für alle, die noch nicht wissen was schenken und noch eine glatte Idee suchen, bei grob reinschauen und das passende aussuchen. Alles, was man sich zum Spielen träumen und wünschen kann. Für den Wintersport bekannte Marken und alles Zubehör. Fernseh, Hi-Fi und Video für jedes Budget. Praktische Haushalt-Helfer. Und alles für einen schön deckten Tisch. Ich hoffe, wir haben Ihnen jetzt ein paar Anregungen gegeben. Weitere Ideen zum Schenken finden Sie in diesem grossen neuen Geschenkkatalog. Und natürlich auch direkt in Ihrem Coop-Warenhaus. Viel Freude beim Aussuchen. Für einen unvergesslichen Sonntags- oder Festtagsbraten sind Sie beim Coop-Metzger an der richtigen Adresse. Weil er Ihnen nicht nur Fleisch verkaufen will, sondern sich auch freut, wenn er Ihnen praktische Tipps geben kann. Natürlich gibt es bei Coop auch alles Übrige, was zu solchen Braten gehört. Zum Beispiel die fertige Morchel-Sauce oder die Teierschwimm-Sauce von Knorr. Oder eine der exquisiten Pilz-Beilagen von Midi. Pommes du Chesses sind für jeden Braten die ideale Beilage. Und denken Sie daran, das Walserwasser mit seinem ausgewogenen Geschmack und dem angenehmen Kohlensäuregehalt passt zu jedem Essen. Und jetzt macht die Studioküche weiter. Exklusiv und vor allem auch stimmungsvoll sind flambierte Spezialitäten. Verlangen Sie doch beim Coop-Metzger einmal die Kalbsnieren. Sie eignen sich besonders gut zum Flambieren und enthalten zudem viel Eiweiss, Vitamine, Nähre und Mineralstoff. Für vier Personen 600 Gramm in Fingertick in Scheiben geschnittene Nieren im sehr heissen Anken mit Zeebeln gut anbröteln. Kehren. Und dann geht es an das Flambieren. Jetzt müssen die Nieren rausgenommen werden, warmgestellt werden und dann kann man die Sauce machen. Aus Rahm, Sanf und verschiedenen Gewürzen. Und dann sofort servieren. Am besten mit einem Trockenreis. Es ist natürlich viel schöner, wenn Sie direkt am Tisch flambieren können. Das genaue Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung und morgen den ganzen Tag im Teletext-Zeiten 270. Ich wünsche viel Erfolg. Soviel für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir danken für das Zuschauen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bitten Sie noch um die Aufmerksamkeit für Coop-Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop-Bohnencafé. Jede Packung an 225 und 250 Gramm, 50 Rappen günstiger. Und die 450 und 500 Gramm Packung an Franken günstiger. Alle Quick-Spezialitäten zu Aktionspreisen. Zum Beispiel das Rollschenkli per Kilo statt 21,50 nur 18,50. Knorrstock in 3x3 Portionen statt 3,95 nur 3,20. Schweizer Raclette Käse schiebt Packung an ca. 250 Gramm. 100 Gramm statt 1,97 nur 1,65. Blöcke an 600 bis 800 Gramm pro 100 Gramm statt 1,80 nur 1,50. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag eine Gourmet-Stole 300 Gramm statt 2,90 nur 2,50. Navelle Blonde Orange, ein Netz an 2 Kilo für nur 2,20. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!